Stalder Bestattungsdienste aus Wohlhusen und Umgebung sowie Amt Entlebuch. Es ist unser Anliegen, die Angehörigen bei einem Todesfall in dieser schweren Zeit pietätsvoll, kompetent und ihren Wünschen entsprechend zu unterstützen. Als eines von wenigen Instituten sind wir ausgebildet und berechtigt, Herzschrittmacher ohne anwesenden Arzt zu entfernen. Unsere Dienstleistungen umfassen Beratungsgespräche mit Angehörigen, Sterbevorsorge, die hygienische Grundversorgung und Herrichtung von Verstorbenen, diverse Arten von Bestattungen sowie andere anfallende Aufgaben. Durch regelmässige Weiterbildung sind wir geschult und erfahren im Umgang mit Angehörigen. Sie können uns jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Wir stehen Ihnen innert kürzester Zeit zur Verfügung.